Ich muss hier für die Fahrschule, pass auf. 168 Millionen Paletten Capri-Sonne und Cola und so kaufen. Und dann bin ich einfach mal hier nach Holland geballert, um zu gucken was hier so geht. Ich leck mich fett, pass mal auf. Unglaublich. Ich mach die ganze Karre voll, alles. Ich mach alles voll hier. Achso, liken und abonnieren, nicht vergessen. Liebe Freunde von Ferhurner, ich darf ja nicht mehr schimpfen hier. Das ist ja richtig gut hier. Richtig gut. Wir machen die Fahrschule voll jetzt hier mit Paletten, Junge. So viele Dosen, Mann, Mann, Mann doch. Ich weiß gar nicht. Ich muss ja 15 Paletten hier rein kriegen, du. Wie soll ich das denn machen? Na ja, schöner Golf hier, du. Diabetes. Bob has diabetes. ist. Aber es wird ja nicht besser, ne? Es ist ja nicht weniger hier. Kofferraum hier. Oh, da ist auch schon. Naja, bisschen was muss noch rein. Der Kofferraum ist schon mal voll. Da sind schon mal 40 Pakete. Ja, die ist auch hier. Voll der Vogel. Also, ich sag mal, im nächsten Theoriekurs werden wir auf jeden Fall nicht verdursten. Ich habe sogar ein Cola Light gedacht. Habe ich gemacht. Wichtig ist ja auch immer, ich habe ja auch eine pädagogische Rolle. Die Dinger schön verpacken, nicht, dass die euch während der Fahrt um die Ohren fliegen, ne? Guck mal, wie ordentlich der Onkel das gemacht hat. Guck mal. Da kann nix verrutschen. Das ist formschlüssig. So, die werden jetzt noch schön angeschnallt hier. So, guck mal hier. So, hier ist der Gurt. Da, El Gurt. So, guck mal. Die Cola, da wird die angeschnallt. Klick. Guck. So, jetzt ist sie hier. Boah. Wie die angeschnallt ist. Mann. Ne, doch nicht. Das muss ich hier nochmal. Ja, jetzt mit der Cola werde ich nochmal hier vernünftig anschnallen. Und dann geht's ab. Zurück in Ruhrpott. Ich habe euch lieb. Tschüss. So, ich mache mir jetzt hier nochmal eine Kork auf. Und dann. Ah, Freunde. Geht's wieder ab. Dieb, was hat der denn jetzt? Ach, der will noch tanken. Oh, noch tanken. Hier kann man ruhig mal hinballern. Da ist ja gute Ecke. Jeden Tag haben die auf. 9 Uhr morgens bis 18 Uhr. Te, hu ne. Ich gehe kaputt. Ja, Freunde. So, tanken. Ne, tanken mache ich besser in Deutschland. Sonst schimpft das Finanzamt nachher wieder mit mir. Ja, ja. Ne, das mache ich hier richtig. Da tanken wir ordentlich gleich. Mit 19% Mehrwertsteuer. Yes. So, das machen wir. Getankt haben wir auch noch für ein paar Kracher. Und jetzt bin ich wieder auf dem Heimweg. Also ich denke mal, ich werde so anderthalb Stunden brauchen oder sowas. Und dann sehen wir uns wieder. Rechtsabbiegen auf B70. Ja, das mache ich. Sehen wir uns wieder, wenn wir den Stoff hier ausladen. Leute, wenn wir den Stoff hier ausladen. Ich fahre jetzt erstmal rechts weiter hier. Bis gleich. Ja, da komme ich hier rein, hier bei uns. Da ist ja nur am Regnen hier. Regen und Hagel. Wahnsinn. Habt ihr gesehen? Da gerade in Holland hier, da erscheint hier noch die Sonne. Mann, 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 Mann. Schlechtes Wetter hier. Ich sehe gleich, wo meine anderen Flipflips anziehen. So, gleich haben wir es geschafft. Hier, ab in der Garage, du. Leute, das sieht hier echt nicht gut aus. Jetzt ist hier Raben, schwarze Nacht. Erstmal wieder gleich mein T-Shirt anziehen hier. Kleiner Vogel hier, der friert sich schon einen ab. Peti. Oi. Raben, schwarze Nacht. Alles nass. Oh, da ist ja überall ein Pfütze. Eine große Pfütze. Das war eine große Pfütze. Da habe ich schon mal schönere Regen gesehen hier. Sieht gut aus. Ausfahrtsfrei halten. Das machen wir auch. Ah, Freunde. Bescheid. Ich glaube, die hatten gerade Motorradfahrstunde. Die musste abgesagt werden wegen Hagel. Das kann ich mir auch vorstellen hier. Oh, Mordor, Alter. Guck mal da hier. Die Geburt des Antichristen oder was. Weiß ich auch nicht. Komm, ich zeige euch mal, wo es cool ist. Wo es richtig cool ist. Ach so, ich habe was Neues gekauft. Pass auf, guck mal. Das Moped hier. Ist das nicht cool? Das ist nämlich nicht so ein... Also ich habe nichts gegen die Chinesen, ne? Aber das ist nicht so ein billiger Quatsch. Das ist eine richtig geile Karre. Eine richtig geile. Guck mal. Hier, boah. Boah, boah. Guck mal. Voll richtig mit Bremsscheiben und so. Hier, die läuft auch. Aber die trete ich besser jetzt nicht an, ne? Wenn ich die hier... Ne. Wenn ich die wieder anmache, kriege ich wieder Ärger. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Erstmal ausladen hier. Zack. Jetzt regnet das auch noch wie Sau. Muss erst mal reichen. Muss erst mal reichen. Teore. Ja, ihr habt ja gesehen, wie viele Getränke wir jetzt hier geholt haben. Ich sitze jetzt noch hier und schneide noch ein bisschen die Folge heute zu Ende. Und dann lade ich noch... Du hattest recht. Capitore. Ah, Dennis ist im Kino. Sehr gut. Gut. Dann schneide ich noch die Folge zu Ende. Ja, sehr gut. Lade noch eine Episode wieder aus dem Online-Kurs hoch. Ja, Büro. Heute war ganz im Tag Büro. Gut was schaffen können, habe ich mit vielen Fahrlehrern von uns dann unterhalten. Wir haben einen guten Austausch gehabt. Das war cool. Und haben noch so zwei, drei Dinge beschlossen, die wir dieses Jahr noch machen wollen, beziehungsweise besprochen. Gute Sachen. Ja, heute Abend gehe ich noch essen mit dem Büroteam. Und dann ist auch schon wieder morgen. Ja, Freunde. Also, Tirol kann ich euch nur empfehlen. Also, wenn ihr da Getränke, Dosen ohne Pfand und so, ist richtig cool. Habt ihr gesehen, wie viele das sind? Es lohnt sich, ist richtig cool an anderen. Vor allen Dingen, wenn ihr so wie bei uns ist, sind immer so Kurse, so Intensivkurse, da machen die in einer Woche ihre Theorie fertig. Ja, und dann kriegen die halt die ganzen... Also, in dem Kurs ist halt hier All-Inclusive und so. Da haben die dann die ganzen Dosen und also trinken können, was sie dann wollen. Und da, bevor ich da mit dem Pfand und 25 Cent hier und wo und runter, hab ich einmal in Holland den ganzen Schlag abgegrast. Kann ich euch nur empfehlen. Ist ziemlich cool. Also, passt auf euch auf. Ich probiere es heute mal andersrum. Da abonnieren. Nichts dran denken. Und denkt dran, ich habe euch lieb. Morgen früh gibt es schon wieder eine neue Folge. Also, passt auf euch auf. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren, das war das. Genau. Haut rein. Tschüss. Tschüss.